Hallo und herzlich willkommen auf German Coaster Fan und willkommen zu meinem Review zur heißen Fahrt im Wild- und Freizeitpark Klotten. Der Wild- und Freizeitpark Klotten ist ein Wild- und Freizeitpark, den ich vor kurzem, genau wie gesagt vor einem Monat, zusammen mit Theme-Park-Büren und Splash One besucht habe. Den Vlog dazu habt ihr wahrscheinlich schon alle gesehen, der ist auch schon seit längerem hier auf dem Kanal online. Und ja, dort seht ihr auch was sonst noch in dem Park steht außer diese Bahn und zwar gibt es zum Beispiel noch einen Watercoaster namens Zum Rittersturz, der sich direkt um die Bahn befindet, beziehungsweise eher unter der Bahn. Die beiden Bahnen kreuzen sich nämlich und dort befindet sich auch noch der interaktive Dark Red Kunibets Abenteuer. Und wie ich diese beiden Attraktionen finde, seht ihr auch im Vlog, schaut euch den auf jeden Fall noch an, falls ihr ihn noch nicht gesehen habt. Aber für mich ging es, als ich den Park besucht habe, direkt zur heißen Fahrt. Und nachdem man dank Corona durch den halben Wildpark laufen musste um hinten, eigentlich sind die Attraktionen direkt erreichbar, aber man muss auch mal einen Riesenweg durch den ganzen Wildpark laufen. Das Prinzip erschließt sich mir jetzt nicht, aber okay. Nachdem man das auf jeden Fall geschafft hat, sieht man dann auf einer großen Fläche dann auch die heiße Fahrt stehen, zusammen mit Zum Rittersturz und Kunibets Abenteuer. Der ganze Komplex, der sich um und in einer Burg befindet. Und diese Burg war nicht immer da. Und zwar kam 2004 die heiße Fahrt. Und die heiße Fahrt zum Vulkan wäre dann der richtige Name. Denn das ganze Ding sollte ein Vulkan werden, wo sich die Bahn dann rumschlängelt. Da hat man dann aber von abgewichen. Das wollte man dann doch irgendwie nicht. Und zwar kam dann später zum Rittersturz. Und dann sollte das ganze Zeit eine große Burg werden, wo die Wasserbahn halt oben rausfährt. Und sich halt der Coaster weiterhin drumherum befindet, was auch irgendwie cool ist. Das ganze passierte aber vom Jahr 2004 bis jetzt 2020 nicht. 16 Jahre war das ganze ein riesiges Betonkonstrukt. Und absolut hässlich. Und jetzt, wo Kunibets Abenteuer sich in dieser Burg befindet, wurde das Ding auch zu Ende thematisiert. Und die Burg sieht jetzt echt wirklich cool aus. Man kann auch oben drauf auf der Burg gehen. Da führt halt die Q-Line zu Kunibets Abenteuer lang. Und dort kann man halt gute Aufnahmen vor einer heißen Fahrt und auch zum Rittersturz machen. Und ja. Weiter vorne befindet sich dann aber der Eingang zur heißen Fahrt. Und die Q-Line bietet halt einfach eigentlich nur eine ganze Gerade, die bis hin zur Station führt. Vorher geht es halt noch an der letzten Helix vorbei, die in die Schlussbremse führt, wo man nochmal ein bisschen die Bahn anschauen kann. Dann ist man auch in der Station, die quasi null thematisiert ist. An der Seite sind ein paar, ja, Ritter, Schriftzüge und sowas eben. Aber das war's auch. Also Thematisierung in der Station sucht man echt bei der Bahn vergebens. Genauso wie in der Q-Line. Da fehlt echt sehr viel in meiner Meinung nach. Und bevor man in die Station reingehen kann, muss man vorne an der Linie warten. Dank der derzeitigen Situation. Bis der Wagen drin steht, die Leute ausgestiegen sind. Und dann darf man erst durch die ganze Station laufen, ans Gate gehen und dann einsteigen. Das ist echt eine Abfertigung, die echt sowas von unnötig ist. Man könnte sich doch schon mal an die Gates anstellen. Da ist genug Abstand. Denn Ein- und Ausstieg sind nämlich auch getrennt. Und da würde man sich unterwegs nicht begegnen mit Aussteigen und Einsteigen. Das ist völlig getrennt. Warum kann man nicht einfach sich schon mal an die Gates stellen und dann erst einsteigen? Warum muss man vorher noch die ganze Zeit warten, bis der Wagen angekommen ist und die Leute ausgestiegen sind? Hä? Und bei meinem Besuch war es auch so, dass von den maximal 5 Wagen genau 2 im Betrieb waren. 2 mit 4 Personen pro Wagen. Dadurch habe ich ungefähr 20 Minuten bei jeder Fahrt gewartet. Also wäre das Ding in vollen Vollzugbetrieb gefahren und alle 5 Wagen drin gewesen, dann hätten wir so viele Fahrten machen können. Dann wäre durchgehend Walk-On gewesen. Aber nein, wir machen einfach mal 2 Züge rein und machen die schlechteste Abfertigung, die es nur geht. Doch es geht natürlich auch. Hat auch was von Merlin meiner Meinung nach. Aber wenn man dann auch in den Wagen eingestiegen ist und in den sehr tiefen Bobsled-Coaster-Wagen Platz genommen hat, das habe ich noch gar nicht erzählt. Bei der Bahn handelt es sich um einen Gerslauer Bobsled-Coaster. Und ja, dann beschließt man halt die normalen Lab-Bars von Gerslauer, die so üblich sind bei denen. Und dann geht es nach einer Rechtskurve in den Kettenlift, der einen dann auf die 17,5 Meter Höhe befördert. Dann geht es mit einem Drop in Form einer Rechtskurve lang nach unten. Und der Drop ist wirklich gut, der macht schön Spaß. Hat natürlich jetzt keinen großen Whip oder wie man es sonst gewohnt ist bei krassen Drops, die einen Kurve befördern. Man merkt halt, dass es ein Family-Coaster ist. Aber der macht doch schon Spaß. Ist ein ganz guter Drop meiner Meinung nach. Dann geht es direkt in einem Fluss direkt nach oben in die kleinen Mauskurven, die es ja auch so bei Gerslauer Bobsled-Coaster öfter mal gibt. Davon sind dann halt ein paar verbaut. Dann geht es direkt in eine Blockbremse rein. Und dann kommt ein Part der Bahn, der sehr cool ist. Genau, dann folgt nämlich die große Doppelhelix, die einen in sehr gutem Tempo nach unten befördert. Und man gute Laterals hat. Das hat man sowieso bei den Mauskurven am Anfang schon, aber dann nochmal ordentlich. Und dann geht es in einen kleinen Umschwung. Wird man dann ordentlich aus dem Sitz rauskommen. Und direkt danach in noch einen Umschwung, der einen richtig rausheißt. Das ist die beste Stelle bei der Bahn. Dieser zweite Umschwung, der macht wirklich richtig Spaß. Und dann geht es direkt nach oben links, direkt in eine weitere Blockbremse. Und mit kurz anhaltend guten Laterals wird man dann halt auch wieder nach unten geworfen. Und dann geht es in mehrere Camelbacks. Und die reißen einen überraschend gut aus dem Sitz heraus. Da hat man echt schon fast Ejector-Airtime, würde ich tatsächlich sagen. Und ist auf jeden Fall besser als bei den anderen Gerslauer Bobsled-Coaster, die ich gefahren bin. Von Nelsing's Factory hat ja gar keine Camelbacks. Oder auch Tiki Wacker. Bei denen sind die Airtime-Hügel wirklich, ja, die sind halt da. Die bieten keine krasse Airtime. Dann geht es aber in eine weitere Blockbremse. Und dann hat man nochmal sehr starke Laterals, bevor es dann in die letzte Helix geht. Und das ist auch ein Punkt der Bahn, wo die echt schon ordentlich rückelt. Beziehungsweise schon fast schlägt, würde ich schon sagen. Aber ist ja in der Gerslauer Bahn, da ist es eigentlich üblich. Aber ist es da auch noch völlig aushaltbar. Und dann geht es noch in einen kleinen Tunnel mit einer Linkskurve. Und dann in einen kleinen Bump in die Schlussbremse rein. Und dann ist die Fahrt auch geschafft. Und ist mit 532 Metern natürlich nicht so wirklich lang. Aber ist eine normale Länge, was Bobsled-Coaster angeht. Und man ist dann 1,20 Meter unterwegs. Und 55 kmh erreicht man maximal in der Spitze. Ja, und ich muss echt sagen, das Taming der Bahn ist echt kacke. Abgesehen von der Burg, um die man halt rumfährt. Aber in der Q-Line oder auch in der Station bietet das Ding echt kein wirkliches Taming. Gut, man hat auf dem Lift eine echt coole Aussicht über das ganze Moselgebiet und so. Aber auch während der Fahrt passiert jetzt nicht so extrem viel an Taming. Aber ich muss trotzdem sagen, das Ding ist der beste Bobsled-Coaster, den ich je gefahren bin von den drei. Weil allein wegen dieser coolen Fahrt mit den zwei Umschwüngen und den guten Erdhelm-Hügeln am Ende macht das Ding echt richtig Bock. Und die Laterals sind auch wieder mal sehr cool. Und das ist auch der Grund, warum ich die Bahn mehrmals wirklich am Tag gefahren bin. Weil das Ding einfach bockt. Wirklich. Also wie gesagt, schaut euch auf jeden Fall den Vlog an. Da seht ihr noch mehr von der Bahn und auch meine direkt folgende Meinung zu der Bahn, als ich sie direkt gefahren bin. Ich hoffe, das war verständlich ausgedrückt. Liked auf jeden Fall dieses Video, wenn es euch gefallen hat. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ich danke mich wie immer fürs Zuschauen. Ja, bis dann. Ciao. Ja, bis dann.